Liebe Freunde und Förderer des Blasorchesters Altena, ja ihr seht es ganz genau richtig. Wir sind hier in unserer neu gestalteten Burg Holzbrink in Altena und was wir gerade machen ist die Generalprobe zum morgigen Neujahrsempfang. Kommt vorbei 11.30 Uhr und ihr hört das Blasorchester Altena mit einer Abordnung von Blechbläsern und Schlagwerk mit verschiedenen Musiktiteln aus verschiedenen Epochen. Ein kleiner Einblick. Untertitelung des ZDF, 2020 Sonntag 12. Januar kommt vorbei. 10.30 Uhr beginn mit dem ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss um 11.30 Uhr Neujahrsempfang der Stadt Altena in der Burg Holzbrink. Wir sehen uns.